das regnet jetzt aber doch schon recht heftig und ja ich hoffe das hört noch auf ich finde es schön ja ich finde es recht angenehm also das Geräusch vom Regen so das Messer brauche ich noch, weil ich ja keinen Dosenöffner habe also ich schmeiß mal hier die 762 mal auf den Boden die nehme ich dann gleich mit ich habe festgestellt ich kann beide reinstecken das ist gut unabhängig von der Bezeichnung ah hört es auf? das hört sich so an als würde es aufhören jetzt fängt es an zu donnern aber es regnet noch dann sortiere ich mal weiter das war jetzt total äh informativ was wir hier machen das gehört auch mal dazu haben die Leute jetzt auch Zeit sich äh um andere Sachen zu holen oder eine Rasputin wir wollen ja hier keine Markennamen verwenden ne ich kann meinen Defibrillator nicht nach unten setzen der hängt auf dem Slot fest der Wichser so jetzt habe ich ja einmal nach draußen getan und wieder rein du weißt du weißt ja ich geh also mal vor da geh ich halt wieder rein du Olme mach die Tür zu ja was nehme ich denn jetzt das da ja Ja, das war gut. So. Dann sind wir hier, die 22er nochmal. Ich hab ein Zombie gehört, aber ich glaub, der Regen hat aufgehört jetzt. Ja, das sieht ja noch aus. Warte noch grad. So. Bisschen sortiert hier. Ein rotes Geldchen hab ich. Ich auch. Na super, ey. Lass mal warten, vielleicht. Ja, vielleicht kommt ja wieder eine kleine Zeit dabei. Und dann können wir ihn auch mal hier durchluten. Ich hab bloß auf Popcorn. Aber nicht auf salziges, sondern auf mit Butter. Das ist eh viel besser. Irgendwie geht das rote Kätzchen nicht weg. Ne, bei mir auch nicht. Ich geh einfach mal raus. Ich geh mal zum Dings, zu diesem Gebäude da. Kommst du mit, oder? Welches Gebäude meinst du? Ich geh mal zu diesem Gebäude da. Zu dem. Nicht, dass ich hier gleich auf dem Blitz getroffen werde, ey. Ach da, ja, das Bürogebäude. Ja, okay. Wie viele Leute haben wir denn da jetzt? Nicht viele. Zwei, drei, vier, fünf. Irgendwie wird das... Ein Yellow Bandana. Das sieht, glaube ich, voll scheiße aus. Oh, guck mal hier. Ein Apfel. Ein Apfel. Und eine Notte Cola. Ich wollte gerade sagen... Also ich hab gedacht, du würdest sagen, dass da eine Nutte ist oder so. Eine Nutte. Guck mal, eine Nutte. Na, geh da rein, du Arsch. Milchpulver. Hier ist ja mal kräftig, was los. Ach, da bist du schon drin, okay. Duct Tape. Ein umgefallener Stuhl. Wow. Okay, ich geh schon mal eins nach oben. Okay. Ich komm mit, hier hinten ist keine Tür mehr offen. Basic Cap. Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Dann mach ich das nur in Racks. Eine schwarze Jeans. Ein T-Shirt. Badly Damaged. Gibt es dann auch Badly Damaged Racks? Ja, gibt's. Was ist das denn? Also es ist, glaube ich, Morphin. Nimm ich mal mit. Eine Batterie. Komm, dran lecken. Lick. Warum hast du denn Schmatzgeräusche? Das ist dann... Die Batterie fühlt sich ziemlich voll chargert. Ja, super. Schön drauf rumgekaut. Ah. Black Jeans. Das hat aber leider nur zwei Slots. Ein Messer. Oh, was ist das denn? Also vier Slots. Ein tragbarer Gasofen. Nimm mal mit. Hast du Platz? Gut, dann leck ich gerade noch nicht, aber ich leck mal noch an zwei anderen Batterien. Alter, wie das hier abgeht mit dem Gewitter, ne? Fully charged, okay. Und das hier. Ich kann's nicht fassen, dass er das Ding isst. Was ist das? Ja, das sind alle voll geladen. Die möchte ich nicht wegwerfen. Hier liegt ne 7,62, 51. Das ist gut. Die nehm ich gleich mit. Die Rags braucht auch kein Mensch, wenn sie badly damaged sind. Ich mein, das ist schade drum, aber ich lasse die jetzt hier. So. Guck ich noch schnell hier hinten. Base Cap. Aber ansonsten nix. So, in welchem Raum waren die? Da ist nur einer offen. Und dann rechts hinter der Tür. Da liegt ne Amphibia und die Munition. Bam. So. Das hier kann ich nur inspekten. Da muss ich kurz vorher mal was ablegen. Ich lege das hier mal ab. Nehmen. Empty. Und dann werfe ich den hier weg. Und nehme den hier dafür mit. So. Oh, 50. 50. Badly damaged und badly damaged. Schade. 50 was? Schuss? Ja. Also waren in dieser Munitionspackung für die Amphibia drin. Oh, cool. Das ist einiges. Ja gut, das Punkt 22, das ist ein sehr kleines Kaliber. Ja, trotzdem. Ich könnte die auch eigentlich mal, ähm, hier unten reinziehen. Auf drei. So. Ich würde mal noch hier reingehen. Und wenn's aufgeht, klar. Es liegt da. Ein Seil und Sprühdose. Mach ich mal meine Axt mit. Wieder Sprühdose. Gewitter. Kann ich nicht. Ich will Zucker. Der ist total kaputt. Das hat eh, du hast dich genauso angehört wie der. Eiger, dir hängt die Haut vor den Knochen. Ja, besser. Das ist so geil. Ich fand das sehr witzig. Letztens hab ich mal gelesen, durch Zufall, über, nicht über den Film, über einen anderen. Du musst da lesen, dass der Darsteller, der Schabe, auch Private Paula ist. Kenn ich nicht. Ähm, Full Metal Jacket? Nicht geguckt. Julia! Komm, woher bist du? Ich erschieße dich gleich hier und jetzt. Sag das dem Dennis. Ich gucke mit dem Dennis immer irgendwelche Filme. Das muss ich dem schreiben. Ähm, die, die, wie kannst du nur den... Ich mein, zumindest die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die muss man sich mal angucken. Ja, wenn dann auch nicht komplett. Wenn's auch nur ist, um zu lachen. Wie groß sind sie, Private? Sir, 1,75. Sir, 1,75. Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so scharpeln kann. Ah, warte mal. Das ist brutal mit dem Kerl. Das hab ich schon mal gehört. Vielleicht hab ich den doch schon gesehen. Ich weiß es nicht. Was ist das denn hier? Can of Tactical Bacon. Ja. Wie kannst du den Tactical Bacon nur rumstehen lassen? Ich hab keinen Platz mehr. Das ist ein gutes Argument. Ich hab auch keinen Platz mehr. Und ich bin auch energized. Also, ich... Essen... Tut auch nix bringen. Ich auch. Oh, cool. Kann ich das da kombinieren? Ja, das kann ich. Hilft mir aber nix. Was hast du denn kombiniert? Tactical Bacon mit Beach oder was? Munition mit Munition. Achso. Ach, das ist jetzt Schadung, den Bacon, der da rumsteht. Vor allem, weil es eine sehr gute Dose ist, ne? Dose. Dose. Oh, Dose. Oh, Dosebellen. Oh, Dosebellen! Weapon Flashlight. Kann ich leider nicht auf meinen... Alter! ...aufkleben. Warte, geht ab. Gewitter! Gewitter! In dieser Brücken! Nein! Ach ja. Ach, okay, lass' weitergehen. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich den Bacon... Komm, ich nehm' den Bacon mit irgendeiner anderen Dose. Muss jetzt hierbleiben. Komm, scheiß doch auf die Pipsi hier, weggetrunken. Ich bin schon energised and hydrated, das ist mir jetzt aber grad egal. Hier ist noch irgendwo ein Krankenhaus. You are getting wet, es regnet. Krankenwagen! Krankenwagen! So. Ich hab den Tactical Bacon, hab ich dabei. Hallo? Es regnet. Alter, mach doch auch die Tür zu. Wollen wir ein Lager vorher machen? Das wird ja alles nass hier drin. Hast du zu Hause Säcke vor den Türen liegen, oder was? Ja, Mann. So. Kann ich eigentlich auch meine Säge hier... Ich guck mal, was ich so alles einfärben kann. Die Waffe könnte ich einfärben, die Axt... Ich will auch einfärben. Kann ich die... Ja, die Waffe und die... Also die große Waffe und die Axt kann ich einfärben. Entschuldigung, ich hab's eingepackt. Ist okay. So. Ach, jetzt sind wir nur noch drei. Den anderen Leuten geht der Regen auf den Sack. Weil der Scheiß Regen, ja wird man nass, ja wird man krank und was liegt denn hier rum? Ach, ne Sprügel, oder? Ja, die hab ich da hinten geschmiss, weil ich die aus dem Sein eingepackt hab. Ach, ne. Jetzt kann man doch nicht mal gucken, ob draußen noch regnet. Doch, da oben ist eine Scheibe drin. Es regnet. Ja, es hört sich aber so, als ob es gleich nicht mehr regnet. Jetzt tröpfelst du noch, jetzt hat's aufgehört. Schön. Schnüff, schnüff. Ja. So, wo geht's lang? Äh, rechts. Rechts. Ach, doch, Donner. Ich will nicht, dass es gleich nochmal anfängt zu bringen. Bis hier noch ins Grüne rein, das sieht so groß aus. Ach, das ist vor allem sehr grün. Und blau, das ist toll. Ja, ne? Gefällt mir auch gut. Da kann man schon mal nett rein. Das ist aber komisch. Das ist sehr klein, das Haus. Sporthose. Und die grüne. Stark. Hat die drei? Nee, die hat nur zwei Streifen. Ja, so. Haha. Du warst grad Will Smith. Haha, in jedem seiner Lieder. Aha, yeah. Ah. Haha, ha. Muss ich mal dran denken, wie er mit Stefan Raab auf der Couch sitzt. Ja, das ist geil. Und Raab beigebracht bekommt, wie man den Kopf so wippt. Du bist alles knackt, ey. Ja, wir werden nicht alt, wir werden knusprig. Mhm. Ach, da liegt schon wieder was zu fressen rum. Ich wollte doch immer gucken, ob in den Rucksäcken was drin ist. Ey, Mann, ich vergess das immer. Nee, ist aber nichts drin. Hier liegt eine Dose Bohnen. Eine Dose? Oh, guck mal. Was? Eine Dose Bohnen, ja. Da ist auch Gas. Das ist schön, weil... Ach, du hast doch den Brenner, ne? Jetzt hab ich einen Brenner. Also einen komplett einsatzfähigen Gasbrenner. Ach, eine Orangie. Jetzt würde ich... Jetzt würde ich ja schon gern mal hier so ein Tier jagen gehen. Ja, stimmt. Wir wollten mal Tiere jagen. Wir können ja... Ich hab vier Batterien. Warum hab ich vier Batterien dabei? Weil du einen geleckt hast. Der und der einen noch nicht. Moment. Gewitter. Gewitter? Das ist ja witzig, dass es bei mir... Jetzt verrate ich ja doch, wo ich wohne. Zumindest so ein bisschen. Das ist ja gerade mal eine halbe Stunde von hier weg. Kann ja auch sein, dass du in Frankreich wohnst, ne? Naja, also ja. Aber jetzt hab ich das ja schon verneint, ne? Nein. Nein. Komm, Water Purification. Ich glaub dir zwar, dass das Wasser sauber ist, aber ich pack das da ja einfach rein. Weil den Tactical Bacon und die Canned Dings da, die kann man nicht kaputt gehen lassen. Das geht nicht. Viel zu gut dafür alles. Ja. Wenn ich bedenke, wie lange wir sonst gesucht haben, nach was zu essen, ne? Ja, nach Essen und zwar gar nichts da. Und jetzt darf man das einfach nicht weglassen. So. Will ich sagen, wir gehen mal weiter. Irgendwo gab's noch auf der rechten Seite einen, ähm, Krankenhaus. Mit defekten... Ne? Äh. Was? Krankenwagen. Mit defekten Krankenwagen, genau. Oh. Ein Zombie. Ich möchte meine Piff-Puff ausprobieren. Würde ich auch gern, aber ich hab keine Munition. Wow, da hat's... Da hab ich mir was gesehen. Ich höre es, wie es schießt. Ich sehe, wie der Zombie fällt und kurz darauf macht's links neben mir... Ich möchte gerne wieder meine Armbrust benut... Ah, ich muss... Oh, da ist schon wieder was zu trinken. Ne, es ist nicht zu trinken. Es ist wieder... Oh. Man, jetzt hör mal auf, hier gut gelaunt zu sein. Also... Da ist eine Spraydose. Also, hör mal auf, gut gelaunt zu sein. Also, der Charakter, der soll mal jetzt hungrig werden, der Penner. Sonst jammert da immer rum. Ich hab Hunger. Oh, ich glaub, ich mach die Tür unten auf und zu. Ja. Ich möchte, wenn wir das nächste Mal einen Zombie sehen, möchte ich mal gerne auf den schießen, wenn der relativ nah an uns dran ist. Und gucken, ob der Pfeil, ob ich den benutzen kann, dann wieder.